So Leute, da sind wir wieder bei Vigas Hilf mit der Jutis, der Seevieh. Hallechen! Und wir haben uns kurz dann entschlossen, das DLC noch weiter zu führen. Machen, wie auch immer. Da reingeheißen. Yeah, Level 4. Wieso haben wir jetzt eine Reihe mehr? Weil wir selber dazu gekriegt haben. Ach ja! Stimmt ja. Mein Fehler. Äh, wie nehme ich? Weiß ich nicht. Finstern ist es nicht so will, ne? Darf ich in den Basis sagen? Ja, so lange ich es mir überlege. Halle. Halle! Halles füllt sich. Also wenn die Kombo-Angriffe gefüllt sind, alles gut. Das ist schon die halbe Miete. Ja, das fühle ich auch. Was haben wir hier? Ja, natürlich. Oh ja, Pirma. Ich kann eigentlich mal wieder mit Pirma spielen. Nein, das darfst du nicht. Nein, das darfst du nicht. Ich kann ja wieder mit Pirma spielen spielen. Oh ja, Jingle. Mann, wie viele diese Flammen-Bandagen brauchen. Ja. Das ist nur eine Bandage. Warte, ich steck sie in den Flammen. Jetzt nehme ich es. Aber die Teilchen hat. Schon wieder Flammen-Bandagen? Alter, das ist wie verkackert eigentlich auch. Was brauchst du noch für das letzte? Was braucht Essen? Ach, haben wir noch gar nicht. Dann bin ich aber ruhig. Das darfst du noch an mich jetzt nicht. Nee. Nee, mehr nicht. So eine magere Ausbeute. Ich mag immer noch keine. Wenn du dich willst. Ja, sind durch. So. Immer noch sie. Ich wollte Pirma nehmen. Das passt wenigstens ins Setting. Ja schon. Ja schon. Die Triforce schlug die Triforce auf die Schmerzen der Kriegsbewegung. Die Triforce schlug von der Kraft der complete Triforce. Sie schlug weiter unter Ganondorf's Weg. Bei seiner Erdung, sie schlug die Zeit und die Zeit offen, um die drei andere Spiele des Hyrule-Storied-Past. Im Moment, sie fühlte sich ein Kraft, die von der Ära der Twilight-Past. Sie schlug auf, um zu finden, was es eine Ressource zu kontrollieren. Und wieder kriegt Zanto eins auf die Fresse. Das sieht bunt aus. Hinein! Ja, bunt ist cool. Und wieder sind wir hier. Da kommen einige Manten. Irgendwas schritten. Egal wer sich hier einmischen möchte, zeig der Verräterin mit mir die Macht des Schattenkönigs! Zieht mir noch einen Kack aus. Dann kann ich eine der Parteien auf meine Seite ziehen. Ja, das bin ich. Ja, das bin ich. Deshalb Zanto schreckt voller Verkehr zu sein. Das macht es ihm jetzt. Macht es leicht, ihn zu kontrollieren. Versuch das mit ihm! Wenn wir in diesen Mittagernleid schaffen, wird er sich uns sicher anschließen. Okay. Mehr Pfeile? Überhaupt lässig. Äh, lässig. Muss ich nicht wirklich da in den Hauptquartier. Da. Ja. Wo sehe ich. Die Truppen von Mittagrücken in Richtung von Hauptquartier. In Richtung von Hauptquartier. Sehe ich das Fremde in unserer lauchten Mitte? Unbekommene Gäste werden ungehend entfernt. Das wird ja richtig muckelig in unserem Hauptquartier. Ich versuch hier noch ein bisschen die reinzulichten. Was ist denn für die Hauptquartier da? Hey! Was machst du denn hier? Der ist doch. Hör mal. Ich kann mich klonen! Das sind die Lippe. Oh ja, das finde ich auch ein bisschen ulkig. Wenn du als zweiter Flair den Charakter in der Story vorkommst, dass er da tropfen sollst. Ja. Und dann Check-It auch nicht. Wegetan. Oh, meine Freunde, die Müsigkeiten. Ach, das finde ich auch besser in der Müsigkeiten. Alter. Wahrscheinlich spazier da alles lang, während ich hier mit dieser einen Nimbus gerade beschäftige. Also hier. Und das. So, wir legen noch auf die Möcke. Die Möcke. Wir haben ja Streitkratzen verrückt erschlagen. Unser Hauptquartier sollte sicher sein. Oh Gott. Das ist ja kein Petform. Was soll das sein? Wieso kriege ich meine Müsigkeit zu kommen und ich hier jemanden? Lasst uns diese Möcke auf dem Schlachtfeld fegen! Die Möcke. Husten. Huuui! Da hat man Hreitschirr. Hier ist ja wieder ne Ninnoskale! Kannst du nicht verraschen? Ja, das ist ja geil. Ist das hier? Ja, das ist jetzt geil. Das ist gut! Das ist ja geil. Ich würde es gut finden, wenn man hier als Gegner die wahre Mütner hätte und man dann quasi miterleben würde, wie Sia sie verzaubert. Ja, stimmt. Das war einfach der nächste Streit. Das geht jetzt echt nicht gut, oder? Nein. Deine Unverschämtheit wird dir nicht zu gut bekommen. Ach, Volga, ist auch hier! Für richtig Party! Alter, halt auch viel zu nahe kommen. Ich habe wieder eine Nimbus-Karte! Habe ich irgendwie geworfen? Ich habe eine Nimbus-Karte aufgeschlossen, weiß es nicht! Die meisten Abends, die du schließt, du weißt, wenn wir mal nichts machen. Wahrscheinlich so einfach. Wollen sie fast nicht am Tag auf dem Ende die Nimbus-Karte liefern lassen? Wir machen dafür gratis ein Reisegutschein. Wir wollen überprüfen, ob die Deutsche sie auch ausliefern. Das ist die häufigste Begründung, die man kriegt. Und dann denkt man, ja, ist kostenlos, mach nicht! Und dann, ja, sie haben auch noch geschossen. Viel Spaß! Oh, oder auch geil, was ich auch hatte. Ja, wir fragen die Kontodaten ab, weil man an den Kontodaten eine Person identifizieren kann. Voll der Bullshit! Wenn ich eine Person identifizieren will, nehme ich doch den Personalausweis, dafür gibt's den! Ja, das stimmt. Ich bin wirklich schon. Los, meine Lehre! Ich weiß nicht, dass mein Kamihami da auch nicht rennt. Nein, nein, nein. Unscher. Ich verwechsel mal die Kombinationen dafür. Ich weiß nicht, aber irgendwie kann man mit dem Finzen des Charaktions alles ab. Kein geiles Spiel. Da gibt es keinen, wo ich sage... Oh, hallo, Volga! Oh, gut, dass du auf unserer Seite bist! Yeah, wir sind voll das ganze Team, Volga! Volga, lass mich nicht alleine! Oh, mein Gott. Ich weiß nicht, ob er recht gut ist. Ja, wir gehen nicht weg. Oh, mein Gott, dass ich war. Ich glaube nicht. Dürfe ich nicht. Ich wollte ihm Mut machen. Ich bin so durcheinander, wie es Material einzusammelt. Auf den Spuren von Yutis. Mal sehen, wie viel Yutis am Leben gelassen hat. Oh, das hat plötzlich so ein. Wenn wir diese Kasten rein in den Wettbewerb bezeichnen, das weiß ich nicht. Wir sind doch Freunde in der Folge. Wir sind doch Freunde in der Folge. Wir sind doch Freunde in der Folge. Da hofft sie nicht rein. Das Tor ist offen. Die Tage sind zehn mit nahm. Du hast nicht offen, du hast mich angelogen. Du hast mich angelogen. Deine Barbie wird ganz böse sein. Guckst du da noch was aus? Ja. Ich bin gleich drin. Danke für dich. Ach, leckt mich doch. Nicht schlecht, dass du bis hierher durchgekommen bist. Aber jetzt bekommst du es mit mir zu tun. Ach, leckt mich doch. Ja bitte, ich bin nur auf Level 5. Ich bin auch nur auf Level 5. Oh, schön. Auch zusammen sind wir auf Level 10. Sieh, du musst mir helfen. Dir ist nicht mehr zu helfen. Nein, mein Exi! Was, dein Ex-Freund? Exi ist in Gefahr! Exi ist in Gefahr! Da, du Hände! Da hast du eine! Da, du Hände! Da, du Hände! Da, du Hände! Da, du Hände! Zwei Sekunden, die ich hätte dicht genommen. Das habe ich hier Feuerwimmer! Ja! Als ich hier ist, als du Hände selbst ¡Dierst Putting! Vielen Dank.